Natürlich. Natürlich. Wir machen einen Zaubertrag. Dafür brauche ich Zutaten. Als erstes brauche ich vier Drachenfüße. Zunächst brauchen wir vier Drachenfüße. Genau. Zwei. 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 Nein. Das ist ein Überraschungserlixier. Das ist ein Überraschungserlixier. Überraschungserlixier. Was ist das? Ich weiß nicht, was du bist. Das ist ein Überraschungserlixier. Ihr werdet nicht glücklich. Dann benötige ich zwei Ork-Nasen. Jetzt müssen wir zwei Nose in die Nase добавieren. Ja, genau. Das ist alles. Das ist alles. Danke schön. Das ist alles. Als nächstes habe ich für euch ein frisches Drachenblut. Ja, das ist ein настоящiger, frisches Drachenblut. Und als letztes benötige ich vier Haarige Ohren. Und als letztes benötige ich vier Haarige Ohren. Danke schön. Das mache ich jetzt etwas klein. Das Pulver machen wir auf den Trank. Und jetzt kommt ein Blut, eine Lüte zu von den Trank. Und die Blut kommt in die Frache. Ja, das ist dein Drachen-Elixier. Das ist jetzt dein Drachenblut. Und jetzt wird ein Blut geflogen. Das ist die Blut. Das ist jetzt mein Drachenblut. Das ist die Blut. Das ist jetzt dein Blut. Das muss man es koffeln. Man muss es koffeln und eine Blut. Das ist mein Blut. Es ist ein Blut, es ist ein Blut, es ist ein Blut.